Eigentlich ist der Grinch ja so gar kein Freund von Weihnachten und ziemlich übel gelaunt. Sein Synchronsprecher ist da das direkte Gegenteil. Kultkomiker Otto Weickes besuchte zur Premiere des neuen Animationsfilms das Uelzener Zentraltheater und machte den rund 200 Fans damit nicht nur eine riesige Freude, sondern verteilte auch kräftig vorweihnachtliche Geschenke. In Form von Autogrammen und Fotos. Wir begrüßen die Heidja und die Uelzener und die Ollenstädter. Wir verehrte Zuschauer von UelzenTV waren wieder ein Erfolg und haben für Sie einige Impressionen zusammengestellt. Wir wünschen viel Spaß und Freude mit Ado. Ich bin auch einfach mal gekommen. Jawohl, wir beide. Weißt du, Ben, du wirst schon kennen? 68 Jahre. Schon hat zwei Dreijährige gesaßen. Wir beide. Puppenstube. Puppenstube, ja. Und Oma und Opa kenne ich ja noch. Ja, ja. Das ist Wahnsinn, ne? Da warst du viel, ne? Ja, da war ich viel bei Oma und Opa, ja. Opa hat immer zu mir gesagt, Wartemann. Weißt du das noch? Ja, Wartemann. Weil ich immer durch die Pfützen hüpfe. Ne, Wartemannsche. 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 Ja, Wartemannsche. Ja, ja, Moin. Das finde ich ja super. Die Klasse. Wir beide, ne? Ja, wir waren ja richtig gut von Freude. Ich wohne aber auch schön in Olenstadt. Thomas, machst du mal ein Foto von uns bei uns? Das will ich meinen Bruder mal schicken. Der muss ja, wie er sie wiedererkennt. Oh, Kalai. Die hat sich ja... Ja, jetzt bist du. Ich dachte, haja. Ich hab schon ein paar Mal bei dir in der Kasse das abgegeben. Ich hab immer gedacht, wenn du mal bist, kannst du mich auch besuchen. Ja, klar. Wir haben ein schönes Haus in Olenstadt. Olenstadt. Ist da auch ein kleiner Weihnachtsmarkt in Olenstadt? Ja, aber nächste Woche. Ja, aber ist ein Weihnachtsmarkt in Olenstadt. Ja, ja, am Langhaus. Joa. Aber ja, die ist super. Die ist ja schön. Ah, ein Beziehung. Hatten Sie gerade auch, ne? Die hab ich gemacht, ja. Von hinten ran. Nee, das will ich jetzt nicht. Du wolltest von hinten ran. Ja, aber einfach vorgeben. Ich hab auch alles ausgezogen, weil ich dachte, das ist doch erst gut. Das würde ich nie machen. Na, ich hab jeden Fall. So, und jetzt erst mal raus. Hier. Doch, hier hinten rein. Und jetzt erst mal raus. , wo er ist. Oh, ich hab noch mal raus. Oh, da ist dann noch mal raus. Oh, da sind tatsächlich... Dankeschön. Ja, das ist super. Aber es ist noch kein Unterstück. Gehen wir halt noch mal rum und dann fahren wir. Ja, danke. Musst du ihn mit mir? Ja. 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 Ja, komm, komm, ich will da lang. Das ist nicht hinterher. Oh, da muss ich barm höher kommen. Ich muss hier drücken. Du Schatz. Ist das schon? Oh, danke. Danke. Wunderbar. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Und möglichst, wie gesagt, alle die ein Autogramm haben, bitte lieber reingehen. Ich habe schon ganz viel geknipst. Versuchen gleich noch ein Selfie zu machen mit ihm. Schleifern. Ja. Danke. Ja, nach dem Plan. Ja, nach dem Plan. Danke schön. Oh, nur. Vominiere. Sushi. Nein, war schnell. Für Kisten. Für Kisten. Und für Wissler. Kisten. Für eine C-H? Ja, Wissler. Und in der Achtung. Und in der Achtung. Mit der Achtung. Mit der Achtung. Und die Achtung. Das ist ein Achtung. Das ist ein Achtung. Das ist ein Achtung. Und es sind ein Achtung. Ja, das stimmt. Ich habe ihn mir noch mal sehen. Ich habe einen Jungen ein. Da sind die Kamera. Ja, wir sind hier. Na, wir sind hier. Na, wir sind hier. Na, wir sind hier. Das ist wirklich ein Achtung. Na, wir werden hier. Ja, und geht am Maschen. Ja, und geht am Maschen. Ja, und da gibt es keine Ruhe. Ja, ist ja auch noch. Ja, ist ja auch noch. Okay. Nein, ich bin da nicht so. Ich bin da nicht so. Ich bin da nicht so. Ich muss auch auf die Kinder einpacken. Guck mal, da haben wir Spaghetti. Mal damit ich weiß, wie ihr aussagt. Oh, vielen Dank, Otto. Oh, vielen Dank, Otto. Für meine Eltern. Alles klar. Jetzt wirklich die letzten Fotos. Oh, schade. Und die letzten Autogramme. Und dann geht's auch ins Kino. So, hier nochmal. Genau. Ein paar Autogramme. Alles genau. Achso, da gibt's keinen. Ah, ja. Wir können alle vier haben. Ja. Mit dem schwarzen Stift. Ist besser, weil dort in die Perspektive ist ein bisschen besser. Soll ich das Foto nochmal machen? Ja, nochmal. Ich hab so böse geguckt, komm. Ja, genau. Ganz ruhig. Da stehen bleiben. Ja. Konzentrieren. So. Hallo. So, ein Schiff. Okay. Okay. Da hinschaut, oder? Bin ich auch drauf? So, die letzten Bilder und dann geht's ab ins Kino. So. Ihr habt ja Otto schon irgendwie draußen begrüßen dürfen. Wenn ich hier so in die reingucke, ihr seid super ausgerüstet. Popcorn, Cola, Ketchup auf dem Teppichboden und noch ein paar Masken. Die müsst ihr nachher, wenn wir euch das auffordern, gerne aufsetzen. Weil wir haben vor, hier so ein kleines Foto zu machen mit Otto als Grinch und eben euch als die Grinch-Fans. So, ich meine, ich habe eine tolle Mitteilung zu machen mit Lager. Ihr habt die ja schon irgendwie gesehen, Otto ist dabei. Ihr wollt allerdings auch den Grinch hierher holen. Das hat leider nicht geklappt. Er ist im Stau stecken geblieben und war im Dach zu schauen. Das wird euch Otto nicht mehr erklären. Und zu diesem Flex würde ich gleich mal Otto bitten, hier nach unten, vor diese Leitwand zu kommen. Super, und jetzt ist er schön, Otto! Okay, Otto, ich gebe dir hier mal ein Mikro. Ja. Ja. Das haben wir nicht erkannt. Seid ihr alle da? Ja. Sind auch die Kinder da? Ja. Sind auch die Mütter da? Ja. Sind auch irgendwelche Väter da? Ja. Ja. Zuid-denkend, das geht nicht er, Sasai. Und dass ich auch wenn es immer so war. Oh, dass ich es nicht immer so war. Legel, legel, legel. Ja! Das war auch die Mütter. Nein, du kannst es nicht mehr so haben. Legel, legel, legel. Ja! 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 Lego, Lego, Lego! Ah! Lego, Lego, Lego! Sollen wir jetzt anfangen? Ja! Danke! Bitte! Wirst du immer das letzte Wort haben? Ja! Aber wir haben heute auch der von Chachikistan! Aber wir haben heute heute als Gast und wir hatten uns überlegt, dadurch, dass er heute exklusiv hier in Uelzenberg ist, hatten wir auch die Möglichkeit, an ihm Fragen zu stellen. Wenn jemand eine besondere... Woher kommen Sie denn? Von hier! Schön haben Sie es hier! Ja! Hat denn jemand eine spezielle Frage an Otto? Hallo! Ich komme gerne zu Euch hin! Nicht so dicht am Mund! Nein! Ah! Würdest du uns erst mal deinen Namen fragen? Wie er sich verfahren hat? Hallo! Hey! Ich weiß nicht, ob es einen neuen Zwergefilm gibt. Sehr gut! Er fragt, ob es einen neuen Zwergefilm gibt. Ja, wir sind gerade in der Vorbereitung. Der Spiekt Boebi, die legende liegt, der Boebi-anineller steht in der Weide. Heet Zwerge, Heet Zwerge, Heet Zwerge, Ho. Heet Zwerge. Kennt ihr das? Heet Zwerge, Heet ho. Heet Zwerge, Heet Zwerge, Heet Zwerge. Go, Go, Go! Ok, kent ihr das denn so ein Beispiel? Mami, Diego, wo seid ihr? Wie Einstein beginnt, wir auf den Leute nicht zu wenig sagen. Sid? Ja. Sid, du bist doch so intelligent. Ja. Kannst du auch Französisch? Ja. Sag mal einen Satz mit Boulevard. Bei welchem wurde der Belka klar, dass die Kuhn Boulevard. Das war jetzt Sid. Und Dankeschön. Noch einige Hände in die Hülle strecken. So, der junge Herr, darf ich mal nach deinen Nachfragen? Ja, Andreas, seit 45 Jahren Besucher von Otto-Konzerten. Dann geht's weiter. Ach so, ihr seid ja unterwegs, natürlich immer noch mit der Gitarre und der Band. Habt ihr die Gitarre oder? Kann ich mal kurz anklingen lassen? Nee, das ist ja so. Bin ein kleiner Friesi, und ich wohne hinterm Daik. Oh, bin ein Friesi, bin ein kleiner Friesi. Das geht doch doch. Und da, ja, da bin ich immer auf Tournee, da habe ich jetzt den Wacken gespielt in meiner Band. Da habe ich den Haar-Druck mit dem Festival. Ich dachte, ich komme gar nicht an. Aber ja, alle, die hier da mitgenommen, das war richtig toll. Und ich werde bald wieder unterwegs sein, live auf Tournee, wer weiß, die Termine auf Tournee bekommen. Denn jetzt bin ich ja für den Grinch unterwegs. Grinch! Der Grinch ist natürlich was für mich anderes. Man muss ja, um so eine Figur zu sprechen, denn kommt also so ein Studio in Berlin, ja, das ist dunkel, also Leinwand, und da läuft dann dieser Grinch in Etappen, also in kleinen Stücken. Da draußen sitzt du in der Regisseur, da sitzt die Frau von der Film-Camply Universal, und dann sitzt da noch der Ton-Weiß-Dolle, und die passen genau auf, das ist ja auch genau die Lippen-Sikronen, und alles so, ja, ich plade, äh, Nein, das geht ja, das ist normal, okay. Ja, ich plade, Ne, das kommt nicht besser. Ja, ich plade, Ja, so ist gut, Dankeschön! Und so, so läuft das da, Schritt für Schritt, und immer wieder, 1200 Takes, und dann wird das ja zusammengeflickt, und dann kommt so ein Film dabei raus. So war es bei Ice Age, so war es bei Mulan, da hab ich das auch gemacht, da hab ich mal ein klem Puff und so, Mulan hat das auch gemacht, und da hab viele, viele Filme. Aber ich bin ja eigentlich kein Synchronsprecher, aber man wohnt mich immer sehr, gell, weil ich eine gewisse Popularität habe hier in Deutschland, und dann denken die das hilft. Tja! So, aber jetzt haben wir noch zwei junge Fans, und ich bin jetzt noch eine Frage haben. Wer ich bin? Oder wer der Grinch ist? Der Grinch ist 34, auf dem Geburtstag. Und ich bin etwas älter, aber ich bin deswegen etwas älter, weil ich mich früher immer zehn Jahre älter gemacht habe, weil ich gerne in die Kinos wollte, die erst, die nicht jugendfrei waren, und dann hat der Kassier immer gefragt, wie alt bist du denn? 22! Ja, bitte, kann's passieren. Das war ein guter Trick, hat geholfen. Aber jedenfalls freue ich mich erst, dass er hier sein, und der Grinch hat diese Stimme. Ja, ich plane jetzt, das Weihnachten zu stehlen. So spricht er. Und nach Weihnachten, was soll denn Weihnachten? Das ist doch völlig überflüssig. Jingle Bell, Jingle Bell, Schlittenfahrt im Schnee, die Abgaswerte stimmen nicht, ist Diesel von VW. Dina! Das ist doch gut. Und jetzt geht's gleich los, und ich freue mich, dass ich hier Gastseid da benutze, weil die Leute so krass mit draußen haben, ja, ich hab ja viele Autokommel gegeben, und auch die Fakten der Zeit, auch die Kleine, wenn auch was gerade kommen ist. Verrat doch mal bitte deinen Namen. Dina! Hallo! Dina! Dina Müller! Dina! 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 Frag ruhig! Ja, das verstehe ich ganz gut, dass du das fragen willst. Du bist so neugierig. Du siehst so neugierig aus, das ist bestimmt eine ganz freundliche Frage. Wir gucken dir erstmal den Film in Ruhe an. Ich möchte mich erstmal danken Ihnen für deine geistete Frage, und ich möchte mich jetzt als Gast bedanken, und auch den Väter sagen, ich will den nachher nach Hause warten, bitte keine Alkoholabsteuer, wenn ihr feiern wollt und so. So, ihr könnt ja jemand anfangen, und dann verschütten wir alles, ne? Also, passt auf! Es geht also los, ich freue mich, dass ich hier Gast sein durfte, denn, was vom Gast so halten war, wird leider erst beim Abschied klar. Sagt er, auf ihn immer wiedersehen, dann lass ihn ohne weiteres gehen. Ruft er, muss los, so als es mir tut, dann sei mal lieber auf der Hut. Tut er nur, tschüss, bis später, Brommen, dann wird der Gast erst noch wiederkommen. Tschüss, bis später! Danke! Auf, viel Spaß im Kino, aber jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Was passiert? Achso, mit dem Masken. Stimmt, wir haben ja vergessen. Achso, wir wollen ja noch Futter machen. Nach dem Tag. Nach dem Tag. Genau. Oh, jetzt kommen jetzt Fernse, jetzt kommen die Zeitung, und dann kriegen wir ja dann, da ist noch Futter. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich muss jetzt mal dran. Oh Gott! Oh Gott! Sauber! Dankeschön! Super glatt! Tschüss! Los geht's und viel Spaß! Wir haben ein Foto und zwei E-Mama.